Das Spiel mag mich nicht oder so, keine Ahnung. Ich bin immer irgendwie total lang am Ladebildschirm. Vor allem, wie ich immer den Skin mitten im Schiffchen noch ändere. Da kann ich auf mich drauf sitzen, ey. Wie heißt der andere, Tiago Wien, was? Keine Ahnung. Das ist bestimmt ein Bot. Wer ist gesprungen? Keine Ahnung, gibt mir jetzt auch abgesprungen. Ich bin bereit zu kämpfen. Ich bin bereit zu kämpfen! Wohin? Wir sind bereit zu kämpfen! Wie geht ihr hin? Ich weiß es nicht, ich flieg gerade zu so ner Burg. Wohin geht ihr denn jetzt? Ich hab keine Ahnung! Oh, geile Absprache, ey. Wenn alle sprichst du ab, keiner wiss Bescheid! Das ist auch geil! Ich flieg dir hinterher, Tia Lini! Ich bin bei dir in der Nähe irgendwo. ok wenn es einer okay dann bin ich ja lehne oder ist gleich einer warte ich will auch mal hauen geil er ist der kim mit dem messer auch kurze hüpfen wir schon spieler ok mein ungefall wieder und die sunde nicht falsch oder lebe ich ja noch wie soll hier ja was witzel bei einer er hat mit stimmen ein wesen megawalt verteilt ja ja egal anna toll alter mit tot echt ich habe eine raussprung dafür besprechen aber woraus springt ja und jetzt aber mir schmiede hier ist kein arsch niemand irgendwie ich brauche noch sachen ich muss auch sachen auf jeden fall dings aber guck mal das haben ja dafür ja genau die ersten bei euch nicht wiederbeleben 60 meine stadt von 70 immer zu schmiede ich habe 60 ja das erste mal oder so als ich als ich dich wiederbelebt haben stand 40 oder so was ich wollte hier noch ein bisschen ja also ich gucke noch mal was ich wieder wusste blöd nämlich die hier vorne steht nämlich sagen oder 40 dann trägt auch die armo mitten die jetzt das schild mitnehmen die gemacht hat der zone überhaupt war richtig in der zone wir haben es gut ausgesucht hier drin geschossen ist gar nicht ist gar nicht mehr da hinten so komische book da markiert hat hier unser mail nicht auf uns nicht auf uns das hier hoch hier hast du eine grüne und wenn ihr fällig seiten müsst ihr müssen wir hier weg es kommt schon welche ich nur meine rüstungsträger noch meine rüstungsträger schnell bis hier weg gehen weil ich sehe den rauch dann weißt du wohin hier erstmal hin zu den häusern die maschinenpistole nach jaha wo seid ihr hin ich bin noch im gebäude nur oben ob da einer ist kann ich kurz auf eine kiste ist aber kaputt schiffen noch einer braucht wer noch nicht zu rüstungstränke also ich habe mich auch die links ne ich würde noch nehmen welche aus also ich würde vielleicht noch die flache dann noch mal drei habe ich jetzt noch dann gibt der prinzessin ein und ich nur ein zwei ok warte dann musst du mal anhalten hier kann dann sonst hier im kommentar ähm hier und dann hier erstmal die zwehe machste jetzt noch einer würdest du schon erstmal links gehen ey da sind meistens zu viele kisten weg es geht oben gerade lag noch ein ding kapitel eismau hier ist noch schild kampfschrei habe ich habe ich habe ich habe ich hier oben ist einer trankkiste bauchmann das heißt ich spreng falle will jemand wollen nicht ok 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 gar nichts oder wow es ist arm ich kann nur schwirr diesen fucking ja ja wozu ist diese komische eismauer eigentlich gut ich habe mir das noch nie durchgelesen als schutz auf mich hat geschossen ja ich sehe man man boah ich fiebert gewehr ich habe auch vier stück genau den hier machen ich kann noch eine eismaus spinnen hier ist nix hier ist zu also wenn man eine grüne waffe findet oder so würde ich auch noch eine grüne waffe nehmen hier ist noch eine trankkiste kann sich erinnern ich habe diese komische schildrune drin damit ich hier dings kriege naja was ich meine oh drei kisten wir sind impulsgewehr haben ja hier und grünen jetzt ein schwert wird ein schwert haben nein da kann was los und am arsch ist ja super gut aus hier ehrlich mal irgendwie eine hauskrieg noch mit eine spiele war es auch nicht mehr schade leg los ach hier waren wir schon drin ich höre die zone ich höre die zone lassen die ruhe weg 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 ganz knapp ja wenn er auf schießt du gar nichts schießt so aus deswegen sondern weiter unser med ist der voll in der zone drin wird links rumlaufen zum jagdgarten zur schmiede da in die richtung der kipp hat auch schon wieder markiert da würde ich jetzt hinlaufen ja wir haben noch eine minute klar wir werden sich nicht so schmiede nicht nur darum wenn ich mit mir in diesem lauf weg gehen von den weise jetzt zu dritte nicht zu viel die man kommt luftschiff mit drop oh da liegt da wollen wir es nicht nehmen die waffe scheiße die waffe ist total scheiße nicht mehr ich schieße euch die bälle raus ok lass mich wenigstens kurz dings verwerten und mit genau wo wir hinreifen weißt du fuck das sieht doch aus oder doch doch in die zone kommen wir noch ich will halt nicht direkt den laufweg nehmen weißt du das stink ist der ludrop ist auf unserem weg ja wir gehen da jetzt hier rechts rum aber anscheinend war noch keiner dran gewesen an dem mut also ja doch nicht so doch da waren welche welche reicherlich ist kaputt ich renne ich renne ich renne ich nicht renne ich nicht rein ich habe mich schon gesehen weg hier weg hier komponenten gesagt weg hier jetzt ja das fährt und jetzt noch ein fährt umsetzen die hole ab wir sind noch hier ja 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 lass 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 und los reitet wohin ja so okay da oben im haus ist auf jeden fall einer der ist runtergesprungen der ist runtergesprungen kommt davon zu ich weiß es nicht nein da ist keiner mehr das ist auf jeden fall irgendwo unter gesprungen unser meld kommt hier runter ich weiß nicht von wo das nur nicht von wo weg kommt von links ist dass du mehr drunter damit ist hier oben dass wir jetzt bleiben hast du für zwei zwölf leute noch nicht zwölf acht bei drei teams noch scheiße ist ohne kommt wirklich ein richtiges gemetzel alter das hier das gebäude rein in der zone hier ist eine axt hier bin ich meine hier ist am pilz oben ist der gockel daun die zoll kommt näher dann kann man ja warum wird auf jeden fall geschossen ja ihr müsst aufpassen im zonenlack alter also das kommen die kommen die kommen der waffel sieht man aus der wand oder so raus da hinten die feiten da hinten war richtig da hinterm baum ist einer dahin zu ja die christine kommst du sehr schlecht dran an dem aufpassen urchen schwert noch drei noch drei leute habt ihr alle hier die zone aufpassen ist die gabelung oder die pilze achten oben oben auf dem berg da richtig kassiert richtig kassiert am baum da oben immer auf dem berg da ist unten jetzt ja erst kommt der spiel oder ums neuer jawohl dort einer da oben haben gewonnen haben gewonnen da hinterm baum ja man ja man ja geil schlatt war jetzt mal da war jetzt mal erst mal screenshot gemacht ja was ich will auch aus meinem handy auch hier mit der testen taste Die Scherz-Taste gerückt, verhalten einfach. Ja stimmt, geht auch. Boah, fetter Scheiß. Ja, geil. Ich hoffe, da wird alles jetzt gemacht.